Wo denn? Stinkender Hippie, Alter. Du kannst dein erstes Kind nennen, Alter. Mach ich auch. Ich hoffe es auch. Wer nicht? Thomas brauchst du gar nicht mehr einfallen lassen, Alter. Namen gibt's nicht mehr. Naja. Schmocky nenn ich den, Alter. Genau Schmocky, Alter. Ja, das kannst du auch machen, Alter. Wart mal, wenn ich ein Kind hab, Alter. Das wird richtig Babo, Alter. Ich werde dir richtig zu so einem Kampftier erziehen, Alter. Kampftierpiloten hast. Ich wohl. Ja, dass du mit denen nur noch eine Leine in die Stadt darfst. Ja, und feier hier, Alter. Ich bin richtig straight on fire hier, Alter. Schmocky? Ja. Bist du runter, oder was? No, ich sind alle beide Küsten gelootet worden. Ja. Ja, hab ich doch gesagt, die sind welche runtergekommen. Äh, hier Pascal. Wo bist du? Hier. Liebe geht an dich. Äh, was halte ich dir von meinem neuen Blade hier? Nicht doch so. Gar nix eigentlich. Das interessiert uns gar nicht eigentlich. Nee, das hast du gemerkt irgendwie. Ganz schön schade. Mh, halt einfach deine hässliche Fuck-Schnauze, Alter. Fuck-Schnauze. Da hätten wir geschossen. Ja. Links wurde gebaut. Ja, er schießt. Boah, ich hätte ihn fast erwischt. Ich wäre ja nicht da vorne gegangen, der Drecksack. Ja. Äh, 100 Grad. Wäre nicht besser gewesen. 100 Grad. Ich hätte auch fast getroffen, wenn ich geschossen hätte. Da vorne läuft einer im blauen Auto. Direkt vor uns. Da läuft Zivilla. Komm, fangen wir ab. Nee, läuft nicht Zivilla, Alter. Ja, warum schießt du? Was willst du von mir, du Affe? Ja, du bist ein richtiger Esmet, Alter. Ich schieße ja dann, wenn ich das für richtig halte, Kollege. Ja, okay. Ich auch jetzt. Ab jetzt. Oh, der ist hier bei uns, Alter. Hallo, Hilfe. Der ist hier unten drinnen. Pech gehabt. Bei dir da unten, was? Er schießt mir die Treppe ein, was? Ach, das bist du. Oh, bist du dumm. Du bist ein Opfer. Was soll, der ist vor mir. Der ist hier in der Scheune drin. Da hat jemanden gekillt. Ja, ich sehe. Er ist, er liegt, 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 liegt. Links, links, egal. Aber ich bin eingefrackt. Auf links ist er. Der rechts war nicht. Überraschung. Da kam einer von oben. Hier ist aber noch einer. Hier hat der andere geschossen noch. Hier ist noch einer. Da, da, vor uns, vor uns, vor uns. Er kommt, er kommt, er kommt, er kommt. Da ist wo. Ich geh mit der USB killen. Ja, Headshot. Warte, ich hab, ich hab... Ah, gut. Gut, dann nimm du das Medi. Ich hab zwar schon Medi, aber... Ach so, ja, hier nimm. Dann ist noch gut. Hat einer Schildi... Hat einer Dings? Ich hab Schildis. Hat einer Kid. Ich hab'n Kid. Aber ich hab' kleine, reicht. Ist okay. Ich brauch Raketen. Hab' keine. Warte. Ich weiß gar nicht, was ich nicht hab. Lass mal eben hier reingehen. Ich guck mal eben. Ah, ich glaub' ja. Ha, ich hab' vier Stück. Komm her. Ah, das war schon wieder Befriedigung. Erst fuck hier, Alter. Und ich hab' natürlich keinen einzigen Klick gekriegt. Ja, ja, ja. Ich brauch' einer Schildi da, ihr habt voll, wo? Ja. Ich hab' viele Schildis hab' ich auf der Tasche. Ich hab' richtig Bock, nach Kaufland zu gehen, ey. Ja. Mann, halt zum Maul. Na, ich weiß da nicht. Das Brock. Mani, 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 Mani. Was kann man da einfach stehen? GG. Mann kennt ihn. Ich brauch' euch gewartet. da war als entdeckung meine tomaten taul ist los oder warten sie dies auf jeden fall oben alles heile ja und und man kann jetzt wahrscheinlich bald auch season 3 die karte ranzo am haus das eigentlich stürzt oder in der wand eingekloppt das eck der zweite da läuft da sagt ach da seid ihr das rakete wo ich hatte mal der war nicht sofort tot ich habe aber ich glaube das war ein random und hätte sich da schon jemand gezeigt irgendwas noch in tomaten city sein aber tomaten city scheint ungelooten zu sein doch nicht da sollen wir dann gehen aus da haben wir die ja keine ahnung wir müssen eh durch den damen lassen uns durch den damen laufen ja ich habe nur mit meinem alten telefonieren ja das ist aber schlecht aber wenn man brauchen ja ich glaube eben hier fertig waren also noch zwei kisten oder auch gar nix ok und dann wenn man eigentlich da ist dann fahr ich erst um dir die autos und die schön weg flanken war im auto damit schon sauber ist also mit der arsch nicht kleben bleibt dann ausgelutschen lutschern ausgelutschen lutschern dann läuft einer über uns 200 grad über den hügel ich bin dabei steffen ich bin dabei ich habe alles ready ja sind zwei und zwei mindestens laufen links die laufen nach links hier und diese ihr könnt ihr von hinten ficken ich sehe gar kein alter sie direkt vor uns jetzt der eine guckt gerade in unsere richtung sogar ich glaube der hat eine ska ich lau von hinten los schade der hüpft noch wo der hüpft da noch rum der ist total dämig er hat eine ambrüst hatte ja er gibt ihnen schutz für den typen der achtung einer ist in der hütte links ich hatte schon dreimal schießen können ja der andere ist auch tot quasi wer ist hier rechts von mir hier wo ich bin ich will auch mal was davon haben also ich nehme die alle munition heute günther ja auch hier ist eine ob wenn du haben willst ne ob will ich nicht hatte denn das gar gehabt ich habe acht schildes warum also sind wichtig warum sagst du denn nix mach mal mal auf man kann sowieso nicht mehr als acht glaube ich stecken 10 oder 15 anfang wollen ja hier ist doch hier sind noch voll viel loot zeug alter wie eine sache und so krasser scheiß eine doppelläufige grüne ist also hier soll ich begrüßen ja die der ist mein dinge noch daraus meine bude schon leer geräumt hier ja in bei dir schon leer ich weiß dass keiner bei mir ist da haben sie hoch gebaut oben auch zone kommt er wollte gerade sagen ich habe mindestens ein kill da oben steht glaube ich einer bin mir nicht sicher wo denn wo ist denn der oben hier im haus oder es ist keiner ich habe ne der müssen von hinten nörden 339 ja ich sehe ihn ich sehe ihn zwei stück 328 grad stehen auf treppe nachher da oben da wo wir gerade waren in der ruine untergefallen ja hä wo denn das ist echt egal da wo wir gerade hinlaufen das haus achso ok ok und tschüss natürlich nix wieso ich bin da oben ich bin da oben ich bin da oben mach doch erstmal in anderen alter wo ist er denn da unten wo ist er denn da unten oh wir schießen er noch der ist hier drin im haus wegen einer schießt Der ist im Haus! Beobacht auf dem Dach! Wo ist der? Ich sehe ihn überhaupt nicht. Er gibt mir, er gibt mir halt. Mach schnell 24 Sekunden. Boah, wir haben einen weiten Weg vor uns. Ja, ich muss mich heilen. Ja, bleib cool, Alter, ich bin es auch. Wir müssen spitz zulaufen. Definitiv. Die kommt ja schon. Oh mein Gott, oh mein Gott, ich habe mich ausgesehen. Ich habe abgebogen. Du musst laufen einfach nur laufen. Ich habe bei einer Sekunde abgebrochen. Oh mein Gott, ey. Mario dreht ja noch die Zone. Aber ich muss sie direkt heilen. Wie viele Kills habt ihr, Ladies? Eins. Fange ich so dämlich, Alter. Nur weil du 10 hast, Alter. Ja, wahrscheinlich. Hättest du jetzt 10, Boah, dann würdest du wieder auf Krawall machen, Alter. Würde die ausklippen. So richtig nuttig solche Verhalten. Ich hasse sowas. Ich weiß, deswegen habe ich dir auch gesagt. Ich glaube, oben Sniperton könnte was drin sein. Mich hat es auch. Na, da ist nix drin. Hm. Vielleicht war es Pink, Alter. Kommt hier hin? Pass gar nicht, ich habe Schildis. Tja. Oh, ich werde, ich glaube, ich werde beschossen. Ich weiß es nicht, bin mir nicht sicher. Ja, aber hier ist ja nichts. Komm hier hin, komm hier. Warte, warte, warte. Ich muss mich eben heilen, Digga. Wir sind eh in der Zone. Und ich habe Schildis. Ich habe vier Stück. Ich brauche welche. Du hast Schildis? Ja. Ja. Dann komm doch hier hin. Lass eben hier in die Ruine gehen, Alter. Ich fühl mich da in gar nicht mit. Hier. Ja, warte. Stop, schau mal. Ich habe genau zwei rausgedroppt. Nice. Wurden wir jetzt beschossen, oder wo? Nein, nein. Wurden wir nicht. Ah, von wo denn? Äh, ich schätze mal so Süden. 200 Grad ungefähr. Ihr braucht doch eine, ah, ich würde schon sagen, Alter. Ja, mal erst ein bisschen safe hier machen, Alter. Ja. Da haben sie sich welchen dicke Base gebaut. Wo? Äh, komm mal hier hin. Komm mal hier hin. 225 Grad Südwesten. Ja, nice. Äh, lol, ich bin auch drunter. Hä? Ja, das hat die Deckung auch noch im Asch gemacht. Ja, ich wollte da gleich eine neue Wand ziehen. Außen könnte doch da rauskriechen. Naja, können wir nicht. Warte Pascal. Einmal mit Profis. Na, Pascal! Aaaa, gleich kommt Raketen, wenn ich sehe, schon kommt. Sagen wir rein. Ja, dann flippe ich. Sagen wir rein. Sagen wir rein. Sagen wir höher bauen, Alter. Hat einer noch M4 Munition. Äh, ne. Wie verlasse denn? 84. Ja, ich hab 165. Das ist auch nicht so. Der Sprung, der Sprung. Und einmal 70 in den anderen, in der anderen Waffe. Okay, dann zu viel Ressourcen. Da vorne bauen sie an der großen Base. Oder da baut sich zumindest einer schon mal hoch. Da kommt was geflattert. Aber nicht auf uns. Da kommt was auch nach uns. Da kommt was nach uns. Da kommt was nach uns. Na. 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 Ich seh gar nichts durch die Bäume. Ja, er trifft mich, Digga. Du bist es, Alter. Er hat mich einfach das Komplex erfickt. Ich bin tot. Wir müssen laufen, Zone, wa? Ja, ja. Er schießt drüber, Alter. Du musst nach unten schießen, Jockel. Hab ich doch. Geht hier vor, oder was? Ja. Ich hab den an der Base. Ja, er hat mich weg. Er hat mich weg. Yo. Leute, die kriegen direkt einen Erdo, was ich in der Base rein. Ja, ich hab den angehältet. Hast du noch was zum Schießen, Kevin? Also irgendwas Granaten-mäßiges oder so? Ich bin down. Nein! Okay, nein. Er ist auf. Er weiß, weil ich bin tot, Alter. Er ist auf, Digga. Ja, Steffen, Alter. 24. 24 hab ich noch. 24 hab ich noch. Ah, ja, ha. Okay. 18. Leute, ich hab's einfach easy gekillt. 14, 12. Ey, das geht schneller jetzt. 10. 8. 6. Nice. Da vorne laufen sie. 246 Grad. Oder hüpft einer. Mhm. Ich hab gar nichts mehr, Alter. Fuck, ey. Ich hab Schildis. Komm her. Ja, warte, hier ist noch Verbände. Ich wollt mir die Menschen. Der Erdo ist direkt bei denen gelandet, Alter. Das ist so jüdisch schon wieder. Ey, ich hab die so, äh, die waren so easy Snacks, Alter. Hat ich das vorher gewusst, hätte ich die schon vorher gekillt, ey. Ich glaub, das wären vier Leute. Ich bin da mit 20 HP reingegangen, Alter. Der Erdnob, der wird mich halt noch jucken. Alter, vorne, Bonse. Ey, lol. Kevin, brauchst du zufällig Steine? Erstens liegen da, wenn ich dann nicht hab 1000. Ja, kannst du irgendwie Chilis droppen vielleicht? Da ist noch die Lieder, nehm ich doch. Ja, hab ich schon. Komm, Alter, das Ding holen wir. Das sind Leute noch. Hast du noch Raketen, hast du noch Raketen, Diggi? Ja, 16 Stück, Digga, hier. Fahr uns laufen euch. Fahr uns schleifen dir. Ja, 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 ja. Komm, wir, Eck, wir, komm. Wo, wo? Hier, direkt vor uns. Die sind, die sind alle nicht in der Zone drin, kannst du sagen? Nee, sind sie auch nicht. Ah, ne, die ist auch noch unendem Loot. Ey, der hat Niska. Da kommen sie. Oh mein Gott. Joffel, halt rein. Halt rein mit dem Raketenwerfer. Oh mein Gott, ich hab voll veräumt. Rechts, rechts, rechts. Joffel, ein Stein. Rechts, slow, ja. Hab ich. Oh mein Gott. Ausgelockt. Habt ihr einen anderen? Ja, sauer. Einer noch. Einen noch. Mach zu, die Butze. Mach das doch. Ich glaube, ich halte dich. Wo ist der letzte? Ich hab keine Ahnung. Ich glaub, das war uns, das war uns, das war uns. Nein! Nein! Ich wollt mich grad healen. Ich wollt grad rausspringen, du Hurensohn. Ich wollt grad rausspringen, du Hurensohn. Ich wollt grad rausspringen. Ich bin's aktiv. Fick dich, du Hure. Ich hab schon wieder zehn Kids. Ich hab zwei, Alter. Nein, Alter. Nein, Alter. Oh, Mann, ey. Ich hätte alles auf Twitch gehabt. Ah, nein. Oh, fick deine Mutter. Kommt halt einfach mit der scheiß Bazooka rein. Er hat voll gefressen, Alter. Der war fast tot. Oh, nein. Ey, nein. Ey, nein.